Obwohl, das ist schon entschieden, ja. Ja, Dennis und Bananen oder wie? Dennis, vor allem. Aber wenn ich auf Target finde, ich bin auch Dennis hoher, in Theorie, dann kann er dann fallen. Ja, aber Dennis ist schon, wenn er verliert, 0-3, dann hat er 7-9, er hat dann aber 17-7, okay. Ja, aber das geht ja viel Zeit. Dann würde er ja auch viel, dann würde er 5-12, dann würde er auch 5-12, dann würde er auch 5-12. Aber Dennis hat 1-Games. Dennis, ich hase Round-Robin. Habt ihr gehört? Ich hase Round-Robin. Keine Kampel-Mechanik? Letztes Mal, war das letzte Mal, dass Bob, nee. Was war gegen Dennis? Ja, 3-0 in Mueners halt. Also Mueners, ja. Gut, weil dann hatte Dennis die Chance, zu beweisen, dass er es hat. Oder Buff Target die Chance, dass er es wirklich so hat. Was ist mit Double Round-Robin? Stopp. Also Double, man weiß, Round-Robin into Round-Robin, oder wie? Ja, einfach hin und ruck runter. Wie im Fußball. Oh, schon erster Stock genommen. Ah, ich weiß. Ich weiß, was Kre return. Das war'siovlog in Deutschland. Nee, Users weiterh вз Pi nie. Ich verstehe. Aber ich würde auch gleich abhauen. Der macht dann zu am Ende, der das? Keine Ahnung. Weiß er wie das geht? Er war halt schon öfter mal bei ihm da voll. Ui. Ich habe sie我的. Ich werde es mit ihnen machen. Ich muss in der inteile. Ich komme jetzt sehr kurz. Ich hoffe, das ist sehr zu sein. Ich würde es erklären, dass es meine Natur. Ich würde es den Wohnzimmer auf dem Ratterroute. Guck mal die Tür. Ist das das letzte Set oder was? Ja. Mit kleiner Spanninger ist er. Sie entscheidet sich auf Boff Target, das Zeug dazu hat, heute Dritter zu werden. Schau mal, wie lange das doch gedauert hat am Ende. Wir haben doch erst so um acht gestartet, oder? Drei Stunden für acht Beute ist das schon viel. Ja, das Problem ist halt, dass Boff dann zum Schluss... ...Gerchen geholt hat und die Tür deswegen gestaut hat. Das ist der was? Getränke geholt hat. Gewacht? Bier geholt hat. Ah, stimmt, oh mein Gott. Uns vergessen. Das hätte ich mal unterbinden sollen als Fahndungsmuster. Das ist halt so ein Fahndungsmuster, oder? Ja, ja. Das schon. Aber wir haben auch lange zum Aufwärmen gebraucht, ne? Ja, oh mein Gott. Auch erst so neun oder wo? Ähm, nein. War neun? Ja. Wann glaube ich denn? In dem Dreh rum? Ich glaub heute kriegt Boff Target auf den Sack. Ja. Na gut. Aber Danese ist wirklich so gut. Hm? Danese ist ziemlich gut heute. Ja. Das ist eigentlich immer gut. Ja. Aber halt besser. Irgendwie... Aber nur ein Confidence Ding. Oh, sorry. Mal ein bisschen Faith haben muss er. Oh mein Gott. Oh. Was passiert? Wird er gefickt? Oh. Er hat fast... Er hat fast... Er hat fast Triple Fair mit Kilt. Eieieiei. Eieiei. Soll ich noch mal dafür... Dann halt... Recovery verkauft. Oho. Oho. Du Bier. Jetzt kommt das große Comeback. Wie ist das? Warte mal, gehen wir mal kurz auf den Brackett. Ich glaube, jetzt kann er wirklich nicht mehr drüber gehen. Was? Das sieht nicht so aus. Was? Was? Ihr Bruder... J.C.M. Paul ist im Chef. Kann Brian kommen und seinen Bruder auf den Kiddie-Land kommen? Ist er Brian? Warte, wir hoffen, dass er sieht, oder? Wir hoffen, dass er nicht sieht. Ist das für ein Support- oder so? Okay, gehen wir mal. Vielleicht hat Fluxmob einen... Sehgerlich. Oh, nein. Oh. Oh, f***. Okay. Aber zweimal nur 3-Sog, kein Vorfall. Ja, aber das war auch, also das war ja wirklich ein bisschen slobber noch. Ich glaube, das war jetzt nicht nur 100% Dennis verschuldet, sondern halt auch einfach, dass das Bov-Target jetzt gerade nicht seine beste Leistung an den Tag legt. Ich glaube, wenn er das holen möchte, dann muss er sich hier noch ganz ordentlich zusammenreißen und gerade... Oh! Das war ein bisschen slick und er wurde dafür gepanischt. Na gut. Gerade sieht es nicht so gut dafür aus. Oh, er übt ja gerade einfach nur gerade der Movement? Okay, okay. Wenn er den jetzt schnell holt, dann stehen die Chancen noch ganz gut, würde ich sagen. Aber wenn sich das jetzt länger zieht, wenn er den Stock sogar noch... Oh! Randy F-Smash? Und jetzt spielen wir das Warteschnack, na gut, wir spielen nicht das Wartespiel. Wir spielen das Aufholspiel. Okay, okay, ein Hit. Ja, okay, okay. Oh, Dennis, er steht! Bov-Target hat dir so viel Angst gemacht. Bov-Target hat dir so viel Angst gemacht. Oh! 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 Oh mein Gott! So was möchte man halt von Bov-Target sehen. So was möchte man von Bov-Target sehen? Wow! Wie sieht's hier aus? Er führt wieder. Aber hält sich. Oh no! Oh! Noch gerade so auf dem Randall. Target! Confident! Wie nie zuvor! Oh! Ja! Ja! Er hätte direkt erst smashen können, glaube ich. Aber Dennis, schneller Punish. Oh, das war knapp. Er ist, jetzt wird er ein bisschen greedy, aber das kann immer passieren. Oh, oh no. Oh, schöner, aber schöner Faust. No? No! Und da war das 3-0. Und das war's mit dem... Ich gebe aber Banane sein Geld. Banane?